Wenn sich ein Unternehmen einen Namen für Qualität machen möchte, gibt es nur einen Weg, den es einschlagen kann. Konstanz. Seit über 125 Jahren hat die Vulkan-Gruppe nicht nur diese Route beschritten, sie war auf ihrem Weg zu technischer Exzellenz herausragend. Vulkan ist ein Pionier bei der Entwicklung und Produktion hochelastischer Kupplungen von Bremssystemen und elastischer Lagerungen für Schiffsantriebe, Generatoranwendungen und industrielle Antriebe. Die über Generationen hinweg von der Familie Hackfort geführte Vulkan-Gruppe ist heute weiterhin richtungsweisend bei der Entwicklung von Produkten und maßgeschneiderten Lösungen für zahlreiche Branchen. Vulkan-Kupplungen finden sich weltweit in Kreuzfahrtschiffen, Containerschiffen und Arbeitsschiffen wie großen Saugbaggern, ebenso wie in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau und in der Fördertechnik. Der Einsatz technologisch hochentwickelter Verfahren verleiht den Produkten von Vulkan die Präzision, Symmetrie und Haltbarkeit, die branchenführende Markenhersteller verlangen. Darüber hinaus ist die Division Vulkan-Lockring ebenfalls einer der Marktführer für lötfreie, unlösbare Rohrverbindungen im Bereich Kälte- und Klimatechnik. Die Vulkan-Gruppe beschäftigt rund 1300 Mitarbeiter an 20 Standorten weltweit. Dazu gehören fünf Produktionsstätten in Deutschland, Brasilien, den USA, China und Indien. Vulkan hat 2001 die strategische Entscheidung getroffen, seine Tätigkeiten auf das dynamische Indien auszuweiten. Als indische Niederlassung der Vulkan-Gruppe, deren Hauptsitz sich in Herne in Deutschland befindet, wurde im Industriezentrum Pune die Vulkan Technologies Private Limited gegründet. Ausgehend von der Ausrichtung einer bestimmten Vulkan-Produktpalette auf lokale Anforderungen ist das Unternehmen in seinen Fähigkeiten gewachsen und ist ein zentraler Produktionsstandort für die Gruppe und andere globale Kunden geworden. Das 2015 eröffnete neue Werk bietet 300 Mitarbeitern einen attraktiven Arbeitsplatz. Es beherbergt ein eigenes F&E-Team und ein Prüflabor, einen modernen Maschinenpark und erfüllt deutsche Standards bei Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz. Vulkan India stellt drei wichtige Produktionstechniken und Kompetenzen zur Verfügung. Aluminiumguss, Stahlguss und Vulkanisation von Kautschuk. Vulkan Technologies India zeichnet sich durch eine Stahlgießerei aus, die mit den neuesten Maschinen und Systemen für die Herstellung von Stahlgussteilen und Sphärogussteilen im Bereich von 10 Kilogramm bis 300 Kilogramm ausgerüstet ist. Diese Gussteile werden nach den Standards von Vulkan Deutschland produziert. Technologie von Weltrang und innovative Metallurgie haben Vulkans Stahlgießerei die Möglichkeit gegeben, nach internationalen Normen und Spezifikationen zu liefern und sie einen bedeutenden Lieferpartner für namhafte Branchenführer werden lassen. Die Stahlgießerei produziert ein breites Produktspektrum für Kernbereiche wie Lebensmittel und maritime Industrie, Turbolader, Fahrmotoren, Antriebssysteme, Armaturen und Pumpen. Vulkan ist ebenfalls der stolze Eigentümer einer Hightech-Aluminiumgießerei, die Kokillen- und Sandgussteile produziert. Die mit erfahrenen Mitarbeitern besetzte Aluminiumgießerei hat Vulkan die Flexibilität für die Produktion robuster Gussteile im Bereich von 0,08 Kilogramm bis 150 Kilogramm verliehen. Ihre Produkte erfüllen entscheidende Anforderungen in mehreren Branchen, darunter die maritime Industrie, Motorenbau, Vakuumpumpen, Kompressoren und Lebensmittelverpackungen. Vulkans zukunftsweisender Geschäftsbereich Gummi spielt eine zentrale Rolle bei der Herstellung neuartiger Produkte. Durch seine Ausstattung mit einigen der modernsten Einrichtungen im ganzen Land können alle wesentlichen Prozesse betriebsintern realisiert werden. Gestützt auf die sich stetig weiterentwickelnde Technologie und strenge Prüfungen liefert der Geschäftsbereich Gummi konstant Produkte hoher Qualität. Es ist Qualität erforderlich, um Qualität zu erzeugen. Dass Vulkan von diesem Ansatz überzeugt ist, zeigt die moderne Werkshalle, in der hochentwickelte Anlagen und Spitzentechnologie vereint sind, um höhere Produktivität und herausragende Qualität in einem nahtlosen Prozess und unter einem Dach zu erzielen. Leistungsstarke Maschinen, unterstützt von einer eigenen Lieferantenbasis, gewährleisten die Anpassung der Präzisionsbearbeitung und Montage an den sich rasch wandelnden Kundenbedarf. Die Konzentration der Vulkan-Gruppe auf technische Exzellenz ist nicht auf ihre Fertigungsfähigkeiten beschränkt. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung hat dem Unternehmen den Aufbau einer großen Bandbreite an patentierten Produkten auch in anderen Bereichen die Rohrverbindungen für Kältemitteleitungen ermöglicht. Diese schnellen und sicheren Rohrverbindungsprodukte, die Vulkan Lockring entwickelt und produziert, werden von führenden Markenherstellern der Kältetechnik auf der ganzen Welt eingesetzt. Vulkans Qualitätssicherung wird durch eigene Labore gewährleistet, die das gesamte Prüfungsspektrum abdecken. Darunter Prüfungen mechanischer Werkstoffeigenschaften, metallografische Untersuchungen, chemische Korrosionsuntersuchungen ebenso wie überwachte Messungen mittels Emissionsspektrometrie. Die Exzellenz der Produkte von Vulkan lässt sich nicht nur an ihren vielen internationalen Zertifizierungen erkennen, sondern auch an den konsistenten Bewertungen, die sie von einigen der qualitätsbewusstesten und am stärksten globalisierten Unternehmen erhalten. Die Zukunft ist vielversprechend. Mit engagierten Mitarbeitern, die an ständigen Prozessverbesserungen arbeiten, dem neuen Bereich Vulkan-Silikonschläuche und der laufenden Automation der Gießereien. Vulkans Position als internationaler Branchenführer ist das Ergebnis eines kontinuierlichen Engagements bei der Entwicklung neuerer und besserer Produkte und Lösungen. Dieser Innovationsgeist ist der Motor der großzügigen Investitionen der Gruppe in Forschung, Entwicklung, Prüfung und Qualitätskontrolle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017